Das ist hoch innovativ und nochmal der Quantensprung in der Behandlung der Knieendoprothetik. Eine besondere Freude für uns ist auch, dass wir hier in Magdeburg an der Orthopädischen Universitätsklinik in Sachsen-Anhalt den ersten Roboter installieren konnten, der für die Knieendoprothetik benutzt werden kann. Ich bin überzeugt davon, dass die Roboterchirurgie, robotergeschützte Chirurgie, der Weg in die Zukunft ist. Wir setzen ja Roboter in verschiedenen OP-Bereichen hier bereits ein, etwa in der Abdominalchirurgie oder in der Urologie. Und ich freue mich sehr, dass jetzt auch hier in der Orthopädie ein hochmoderner Roboter installiert ist. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass die Finanzierung ermöglicht wurde. Ich glaube, dass für die Patientenversorgung es sich hier um einen Meilenstein in der Knieendoprothetik handelt, um die Präzision und die Patientenzufriedenheit zu erhöhen. Der Roboter unterstützt den Orthopäden bei seiner Arbeit, indem er die Präzision der Schnitte für die Implantation und Vorbereitung der Knieprothese deutlich erhöhen kann. Zudem kann er nicht nur die knöchernen Landmarken und knöchernen Grenzen der Knieprothese bestens bestimmen und einteilen und auch vorschlagen. Er kann aber auch vor allem die sogenannte Bandspannung eines Kniegelenkes simulieren und Beinachsen damit besser rekonstruieren. Der Roboter hat den großen Vorteil, dass wir während der Operation nicht wie sonst nur präoperativ auf zwei Röntgenbildern die Prozedur planen können, sondern intraoperativ bei einer dynamischen Untersuchung des Beines den Roboter noch mit Informationen zusätzlich füttern können und so auch die Knieprothese funktionell an das individuelle Knie angepasst platzieren können. Wir denken, dass der Roboter besonders für Patienten gedacht ist, die große Fehlstellungen haben. Letztendlich glauben wir, dass die Präzision, die millimetergenaue Platzierung für alle Patienten ein großer Vorteil wird. Die Roboterchirurgie ist ja Teil unseres Zukunftskonzeptes für die Unmedizin Magdeburg. Dieses Zukunftskonzept nennt sich PIP. PIP steht für Präzisionsmedizin, Intervention und Prävention. Und diesen Roboter, dieses Rosani-Roboter, den Professor Lohmann gerade eben vorgestellt hat, der erfüllt diese Anforderungen der Präzisionsmedizin und minimalinvasiven Medizin auf hervorragende Art und Weise. Der Roboter soll zudem auch durch die direkt präzise Schnittführung vermeiden, dass wir deutlich größere Zugänge brauchen, damit schnellere Rehabilitationen der Patienten erzielen können und gegebenenfalls damit auch geringere Blutverluste erzeugen können. Weitere Hinweise finden Sie auf unserer Website der Orthopädischen Universitätsklinik. Und hier ist auch eine Robotersprechstunde für Patienten eingerichtet, die eine Knieprothese erhalten sollen. Dort werden Sie individuell beraten, ob diese Prozedur überhaupt für Sie in Frage kommt und auch über die Möglichkeiten der Robotik informiert. Die Roboterchirurgie ist ja wiederum Teil einer Umwälzung in der Medizin, nämlich der Digitalisierung der Medizin, Digitalisierung der Gesundheit. Wir haben Großes hier vor und wir glauben, dass mit der digitalisierten Medizin insgesamt und mit der Roboterchirurgie im Besonderen, wir tatsächlich neue Tore öffnen werden für eine optimale Behandlung unserer Patienten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017